hallo grüßt euch servus miteinander ja besonders begrüße ich natürlich meine stamm community aber natürlich auch alle anderen zuschauer die gelegentlich einmal reinschalten und dieses kurz info video für euch soll auch wirklich kurz sein und auch kurz bleiben und ich sage euch einfach mal dass ich vom 24 dritten bis zum zweiten vierten mir keine videos anschaue das heißt also keine videos von euch anschaue dem dementsprechend bekommt ihr auch keine likes keine kommentare ich schalte einfach mal ab nicht nur weil ich da nicht da bin sondern einfach mal auch die tage davor und danach brauche ich einfach mal ein bisschen relax und muss mich einfach mal ein bisschen aus youtube zurückziehen content ist genug hochgeladen also ihr braucht keine angst haben dass er nichts zu sehen bekommt und damit sich der eine oder der andere oder die eine oder die andere nicht erschrecken tut weil nichts mehr unter ihrem video geschrieben steht und keine likes kommen deswegen hier diese kurz info von mir an euch ja ich sage ganz einfach mal dankeschön dass er immer zuschaltet dankeschön für die likes die ihr mir immer gegeben habt und ja denkt mal dran tut mein kanal weiterempfehlen macht doch mal ein bisschen werbung habe ich nichts dagegen auch wenn ich mal eine zeitlang jetzt nicht da bin aber ihr wisst wenn ich zurück bin dann schaue ich wieder fleißig eure videos an und dieses video hier oder andersrum gesagt das hintergrundmaterial für dieses video was ich jetzt hier erstelle ja das ist also aus einem tierpark eine webcam und dann sieht man gerade wie hier die pfleger an einem bein des elefanten arbeiten putzen und ja die nägel schneiden bzw mit einer riesengroßen schrubb feile die nägel die hornhaut nägel da bearbeiten ja liebe leute dann wünsche ich selber noch viel spaß in euren eigenen spielen macht es gut toll 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 auch für eure eigenen kanäle und wir hören uns und sehen uns wieder ganz klar und dann sage ich einfach mal holtrio bis zum nächsten video euer pvb ok